Hallo Valentina, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, seit fünf Jahren nicht mehr. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ich habe geheiratet und zwei Kinder. Oh, das ist schön. Wie heißen deine Kinder? Das Mädchen heißt Valentina und der Junge heißt Sehat. Und wie geht es deiner Frau? Meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Das tut mir leid. Und was hast du in dieser Zeit gemacht? Ich war in Amerika und habe dauert eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Jetzt möchte ich hier arbeiten. Lass uns nicht auf der Straße stehen und lieber einen Kaffee trinken gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.